Hallo und herzlich willkommen zu neuen Verplankungser. Mein Name ist Knauke und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute habe ich mir gedacht, wir müssen mal wieder was für die Sicherheit tun, denn das Sicherheitskonzept steht natürlich an oberster Stelle bei uns. Das hat oberste Priorität und deswegen wollte ich einfach das Loch am First Drop sicher machen. Allerdings muss ich jetzt schon sagen, ich bin ein bisschen in der Vorproduktion wegen Gamescom und Urlaub und deswegen habe ich auch oben immer das gleiche T-Shirt an. Nicht, dass der ein oder andere meint, der trägt vier oder fünf Tage das gleiche. Nein, ich bin nur vier oder fünf Folgen das gleiche T-Shirt am Tragen und sitze fast auch immer gleich, weil ich einfach in der Vorproduktion bin wegen Urlaub und Gamescom und deswegen sieht das immer gleich aus. So, gute Ausrede, ne? Ich glaube, das mache ich jetzt das ganze Jahr lang. Ich bin immer in Vorproduktion für Weihnachten, für Silvester, für Ostern, für Neujahr, für Halloween und so weiter. Und lass einfach immer, nein, das stinkt. Ne, auf jeden Fall, die machen mich echt fertig, die Zäune, ne? Die Zäune, ohne Mist, die machen mich richtig, richtig fertig, denn einfach das, das passt irgendwie nie. Mal sind die zu kurz, mal zu lang, ne? Also jetzt nicht die fertigen Teile, sondern nachher das, ne? Siehste, da. Zu kurz, zu lang, wie auch immer. Das habe ich immer bei den Zäunen. Immer. Naja, manche Zäune kannst du ineinander schieben, bei denen geht das eher schlecht, weil das dann so ein bisschen grisselig aussieht und das finde ich nicht schön. Und deswegen, naja. Aber Not macht erfinderisch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Achso, guck dir mal die Timelapse an, da passiert noch was ganz Grandioses. Wirklich, ehrlich, ich schwöre. Oder auch in, ja gut, auch in der, ne, warte mal, wir sind ja in der Timelapse. Ich meine der Drohnenrundflug. Die Timelapse, da passiert nämlich auch was Grandioreses. Siehst du nachher auch beim Drohnenrundflug. So wollte ich das sagen. So, jetzt haben wir es aber. So, bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018